Howdy, meine Freunde! Ach du Scheiße, ich bin grad erschrocken, du Hund! Alter Schwede, ich hab grad... Alter! Recht in Schock bekommen gerade. Ja, Leute, Howdy erstmal, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption. Macht das nie wieder, Hundi. Ja, sonst gibt es Konsequenzen hier. Ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist bei diesem Video, Leute. Und wir sind gestiegen geblieben, hier mit dem lieben John Marston hier in Valentine. Wir wollten eigentlich in dieser Folge, der letzten Folge, dem Galloway, also diesen Gunslinger-Typen, der ein Buch schreiben will oder der andere über Gunslinger-Galloway. Wir wollten dem sagen, dass wir alle Gunslinger entdeckt haben und ein Foto gemacht haben. Aber der Barkeeper sagt ja, die sind in Saint-Denis jetzt wieder, ja, hingefahren. Also sind jetzt dort im Aufenthalt. Und ich würde dann sagen, wir gehen dorthin zu diesem Galloway-Typen und ja, dann sagen wir jetzt mal Bescheid, dass wir alle gefunden haben. Und dann werden wir in dieser Folge auf jeden Fall eine John, ähm, nee, nicht John, eine Jack-Marston-Mission machen mit dem Sohn von John hier. Und da würde ich sagen, Leute, vielleicht wenn es gefallen hat, wird das schon eine coole Folge sein auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, Leute, erstmal nach Saint-Denis. Dann aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Galloway irgendwas machen wird. Ich weiß nicht, warum. Wir werden sehen, wie es wird auf jeden Fall. Aber ich habe da irgendwie so ein komisches Gefühl bei der Sache. Aber wir werden sehen, wie es wird, Leute. So, ähm, genau, bam, 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 durchreizen. Hier wird jetzt niemanden überfahren, weil sonst greifen sie wieder an hier. Ja, ist, ey, sorry, okay, sorry, sorry. Ey, die Menschen hier waren eh nie so freundlich drauf, ey. Insane, nee. Was so eine komische Gegend. Galloway, wo bist du jetzt hier? Bist du hier irgendwo, oder? Ich glaube, da beim Bahnhof. Stimmt, die meinten ja irgendwie in so einem Schiff, ne? In so einem, äh, Kreuzfahrtschiff, sage ich mal. Genau, das ist vorne. Das ist dort vorne. So, ähm. Ich hoffe, wir können rein. Hey, Officer, darf ich hier rein? Nach Calloway fragen. Hey, I'm looking for Boyd Calloway and a man writing a book about it. Is the Ripperboat there staying on? Yes, sir, they're here. Well, this time Mr. Calloway usually enjoying a drink on the observation deck. You can follow me. Dankeschön, Officer. Dankeschön. Ich dachte, das wird ein bisschen schwieriger sein, aber es ging noch. With no name. You found us. Sure. How did you get on? About how you'd expect. Any good anecdotes? Anecdotes? From the old days. To be honest, things went a little differently. A lot of people got shot. I thought that was sort of what you wanted. Well, I'd, uh, yes, that'll be fine. Do you think anyone noticed it was you? Noticed? The people I shot noticed? I mean, do you think anyone would mind if I, if we, said he'd done it? Boyd Calloway. Sure. I don't care. Just as long as... Share the money? Of course I will. Literature is a filthy business, but sometimes it pays well. Especially when you lie. Great. That's a goddamn fest. What the hell's going on here? Uh, nothing. Who's this, Grassley? Uh, you know? I don't know. Have you been being me? I'm nobody, buddy. But I'm somebody! And I can't have any nobody being this somebody, you goddamn... I don't know what the goddamn you are, but trust me, it ain't nothing I wanna be, so you can't be me! Right away with words. Damn you, Theodore Levin! You're a snake! Damn you! Damn you, nobody! Hey, I'm already damned. Oh, God. But I can't take credit for that which I... Dems as I didn't, I... I'm an old man. This never happened to Achilles, the Gawain, the Caesar. It can't happen to me! I'm gonna kill both of you! Sir, calm down. I'm a legend! Yes, you are! All right, all right. Well, let's prove it one more time. I don't have to prove nothing to you, nobody! No, of course you don't, but maybe you need to prove something to you. Ha, 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 you got quite a way with the words. See, uh, maybe, uh, you should write my book and we should kill Plato here! No, 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 let's not. Now, come on. Who should we kill? You kill. Ah, damn. I slayed my dragons years ago. I'm a tired old man. Oh, now, you're drunk and you're bored. Yeah. You're a mess. Well, I always hated Slim Grant. Oh, yeah, he killed my cousin. But that was years ago. Where's Slim Grant? Who's Slim Grant? This is him. An old friend of Mr. Calloway's. He ain't no friend of mine. He's State Marshal now, out of Annisburg. State Marshal? Make a damn cousin killer State Marshal, do they? All right. I'll go get him. Great. We'll wait for you at Brandywine Drop. Just sober up and start practicing, otherwise this won't be a book. It'll be a memorial. Yeah, whatever you say. You know what? I kind of like that fella. Ähm, ich würde dann sagen, wir machen noch schnell die Sache zu Ende. Mit Galloway, diesen, diesen Typen umbringen, diesen, diesen Grant, wie er auch heißen mag. Und dann wirklich ab zu, ähm, Jack Marsden, würde ich sagen, ne? Genau, machen wir so einfach hier Annisburg erstmal. Wo ist es genau in Annisburg? In Annisburg oder nördlich von Annisburg? Das ist jetzt die Frage. Das ist in Annisburg. Okay, machen wir schnell, oder, Leute? Schnell hinreiten, hinreisen. Und, ähm, ja, dann ihn töten. Dann würde ich sagen, Leute, bis gleich. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, da hat, glaube ich, äh, jemand, äh, bisschen Wasser bekommen von einer Dame. Ja, da muss was passieren, auf jeden Fall. So, wir sind da, Leute. In Annisburg und noch bei dieser zuhörigen Mission. Ähm, jetzt ist mal die... Was für ein Buch? Wissenschaftler? Was für ein Buch? Nein, ich wollte keine Mission starten. Buch annehmen, ablehnen. Ja, dann gib mal her. Aber ich glaube, das kostet Geld, oder? Danke. Nein, kostet kein Geld. Dankeschön. Hoffnung für unsere Zukunft. Danke für das kostenlose Buch erstmal. Hör mir! Joa, können wir vielleicht mal lesen, wenn wir es mal brauchen, oder einen Tipp brauchen hier in dem Buch. Aber ich würde sagen, erstmal zur Galloway-Mission. Und da bin ich mal gespannt, was hier abgehen wird, hier. Ähm, ob wir jetzt einen Typen umbringen müssen, oder ob der auf uns wartet. Ich glaube, wir müssen den Typen jetzt umbringen hier, ne? Aber in Annisburg? Ist das nicht ein bisschen zu gefährlich? Joa, bist du der... Ne, ein Gesetzessüter bist du. Ja, ich glaube, wir müssen die Schlosser-Granten. Das ist ein Marshal. Ich hörte, dass du die Leute nicht mehr wissen, wo sie ihn finden. Oh, Herr Marshal war hier letzte Woche. Ich denke, er geht nach Beaver Hollow, um ein paar Auslösen zu suchen. Er kommt zurück? Natürlich. Wenn er die Schmerzen, die er nachher ist. Wie lange hat er nachgegangen? Well, ein paar Tage. You ain't going out to look for him? If your boss' boss, whom you all hated, went missing, possibly dead, at the hands of a bunch of violent-wanted men, would you go looking for him? Yeah, probably would, because I'm a fool. Well, when he's dead, maybe I'll become marshal. I'll be a hero riding a horse from town to town, mister. Think of that. Good luck with those dreams. Oh, John. Nochmal, John. Komm, schaffst du, John. John, komm schon. Du kannst doch ein bisschen klettern, oder? So, rauf hier. Dann hier rauf. Ich hab doch gesprungen. Oder wir rauf springen. Hier rauf klettern. Ist doch voll einfach hier so. Oh. Hey, hey, hey. Okay. Das hast du nicht gesehen, ja? Das hast du nicht gesehen, ja? Das hast du nicht gesehen, hier. Ähm. Rachel, kommst du nach oben, oder? Ich esse doch mal ganz was hier schnell. Bisschen Dosenlachs, glaube ich, ist das hier. Dosenlachs, genau. Dosenlachs. Ich mag Lachs, war aber nicht in der Dose. Ähm. Rachel. Ah, da bist du, Rachel. Du schönes Pferd. So, rauf hier schnell. Und dann retten wir diesen Slim Grant. Diesen komischen Typen hier. Und dann mal gucken, was er machen wird. So, wir sollten gleich da sein, Leute. Ähm. Bei diesem Lager der Gesetzlosen. Ich hoffe, der Slim Grant wird hier auffindbar sein. Oder er ist gerade am Kämpfen. Aber ich glaube, er ist eher gefangen, oder? Da ist noch ein bisschen Rauch. Das ist ein sehr gutes Zeichen eigentlich. Aber die Frage ist jetzt, ähm, wird er dort vorne sein? Und, ähm, ja, auf uns warten? Oder ist das schon ein Gefangener? Das ist die Fragen aller Fragen. So, da sind wir schon angekommen, Leute. So, bei dem Lager. Ich glaube, er wurde gefangen, oder? Da sind sehr viele Gegner auch sogar. Ich will mal sagen, wir packen uns mal unser Fernglas aus. Und mal kurz mal reinsneaken einfach. Wie ein Assassine hier. So, so mal ran hier. So, da sind irgendwelche Leute. Die sehen nicht so gesetzlos aus. Die sehen irgendwie so, als wären sie Gesetzesjüter. Aber auch Gesetzlose können gut gekleidet sein. Nicht wahr? Ähm, warte, äh, Rich, 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 Rich. Komm kurz her, Rich. Rich. Ich will jetzt nicht pfeifen oder so. Das ist ein bisschen auffällig hier. So, ich würde mal sagen, wir holen einen Bogen raus. Und noch, äh, falls es, ähm, ja, eskaliert, eine Flinze. So, her damit genau. Bam, bam, bam. So, jetzt ihr Schweine. Oh, warte mal ganz kurz. Die kann man sogar wegsprengen. Nein, wir haben kein Dynamit mehr, Leute. Das wäre jetzt so geil, eine Bombe reinzuwerfen, Leute. Das wäre jetzt so geil, eigentlich. Oder wir machen das einfach mal so, Leute. Wir machen das mal ganz flink. Ähm, wo waren noch mal die Knechtis? Da war noch einer am Hafen, glaube ich. Da, genau, dort vorne. Der ist nicht One-Hit? Der ist nicht One-Hit? Der ist nicht One-Hit? Ich dachte, Bogen wäre eigentlich One-Hit, wenn man, wenn ihr uns nicht sehen, Leute. Nein! Verpiss dich, du. Bam, Junge, die Flinte ist so geil, Leute. Die Flinte ist so eine geile Waffe, Alter. Hör auf, du. Kleiner Knecht, du. Ah, der ist schon gefangen, der Idiot. Fang es dem Grant lebendig. Ah, da bist du wieder, was geht, Slim Grant? Slim Grant. Slim Grant. Ja, siehst gut aus, Marshall. Losschneiden, komm, hol mir raus mal hier. Hab gehört, du hast den Cousin von Gallow umgebracht hier, ne? Slim Grant. Nicht so nice. Wahrscheinlich, Junge. Okay, da würde ich sagen, Slim Grant ist hier am Start. Es ist wirklich nichts. Ich erkläre, warum wir fahren. Du... ...might as well relaxen. Ja, wird ja bestimmt John, ne? Gefesselt hinter einem... ...einem Typen, der ihn gerade gefangen hat. Ja, ich weiß. Das war ein bisschen hoch. Wäre ganz cool, wenn, äh, das Slim Grant mit diesem Gallow-Wade-Duell machen würde. Ein ganz kleiner Duell. Ich bin gespannt, muss ich sagen, wie es enden wird. Ich bin gespannt, muss ich sagen, wie es enden wird. Deine Hände ein bisschen lockern. Ich glaube, du musst gleich ein bisschen rumballern hier. Ähm, hier. Ja, ja, ja. Mit der schönen Pracht hier. Und noch am Leben sogar. Ich bin gespannt, wie er. Du hast ihn, seine Zauberin, in 1982? Was ist Zauberin? Mein Zauberin. Ich habe nie jemanden geschaut. Du hast Jed Calloway geschaut. Ich sagte dir dann, ich würde dich auch schnappen. Und ich wäre, wenn du da bist. Ich habe da gesehen. Ich war da. Nein, du warst. Du hast es gehoert, Hound. Du gehst das zurück. Oh, shit! Was ist denn das hier auf einmal? Was ist das hier auf einmal? Der rastet komplett aus und schießt mich einfach ab, was soll denn das? Oh! Ach du Scheiße, was ist das, Junge? Ich weiß nicht, wie ich gerade gezückt habe, aber eigentlich war das gar nicht aufgeladen. Galloway! Ja, jetzt hast du einen Ende in deinem Buch. Er ist tot. Oh, jetzt nicht du jetzt anfangen. Nein, ich bin nicht anfangen, ich bin... Ich bin glücklich, ich bin frei. Ich kann endlich zurückkommen zu schreiben Westerns, nicht zu sein. Ja, er war ziemlich wild. Und ich weiß ein paar wilde Leute. Er war sicherlich kompliziert. Entschuldigung, ich ihn schießt. Nein, und du schießt ihn nicht. Er schießt ihn. 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 Das ist es. Der letzte der Gunslinger. Na, mehr oder weniger. Ich denke. Es gibt noch mehr? Es gibt immer Leute da draußen, die dich schießt ihn in der schießt. Und dann re-Write Geschichte. Oh, hey! Woher sende ich das Geld? Er schießt ihn zu Jim, Milton. Und nein. Das ist nicht mein realer Name. Ja. Galloway tot. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so nice war. Aber... Da ist Galloway selber schuld. Ich meine, er schießt ihn einfach in seinem Rücken. Aber wir haben seine Waffe wenigstens. Ich hoffe, die Waffe ist geil. Die muss geil sein. Die Galloway Waffe. Schauen wir uns die mal an. Ja. Ist halt eine normale Waffe, ne? Ist okay. Ist okay. Okay. Okay, Galloway. Ähm. War irgendwie sehr komisch von dir. Aber... Ja. Da würdet ihr sagen, Leute. Das war also die Mission mit Galloway. Wir haben alle ganz länger getötet oder auch fotografiert. Ich glaube, alle sind gestorben. Außer Black Bear, oder? Ja. Alle sind gestorben außer Black Bear. Okay. Auch nicht so schlecht, ne? Dann würde ich sagen... Sind die Kopfgeldjäger, oder? Oder was ist denn los? Weil, dann können wir auch mal kurz die Galloway Waffe mal testen. Mal gucken, wie die drauf ist, die Waffe. Denn mit der Waffe will ich auf jeden Fall dann auch den Maika abballern. Ist da eigentlich, ähm... Ja. Ist da Maika? Äh, nicht Maika. Ich meine die Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger, wo seid ihr? Oh, ich höre einen Bären. Aber das sind Kopfgeldjäger, ja. Hallo, was geht hier? Boah, Junge. Du dumm Schweine. Hä? Wollt ihr mich suchen? Jetzt habt ihr mich gefunden. Jetzt habt ihr tot. Let's go. Ähm. Okay. No, wie ich sagen, Leute. Ab zu Jackie Boy. So, Sohn und Mann. Wir haben gerade ein paar Sachen erledigt. Ich hoffe, du bist nicht sauer, dass wir jetzt so spät kamen. Ähm. Ja. Galloway. Also ich muss sagen... Ja, Galloway ist schon ein bisschen lost. War schon sehr lost von Galloway. Keine Ahnung, was der da vorhatte. Okay. Äh, Jackie Boy. Ähm. Stehst du schon? Ich hoffe nicht. Aber das Haus sieht sehr toll aus. Das Haus sieht schon richtig geil aus. Ähm. Hey, Jack. How about tomorrow we do something? Äh. Okay, Pa. See you bright and early then. Oh, das ist aber geil gemacht, dass es halt, wenn es nachts ist, dass sie dann halt fragen, oder Jack, äh, John fragt, ey, willst du morgen was machen? Ich glaube, wenn wir es tagsüber machen würden oder den besuchen würden, dann würden ihn sofort schon losziehen in die Mission. Wie geht's los? Schon sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Ähm. Okay, Sir. Was machst du? Böden. Und, äh, spielen mit dem Hund. Willst du fischen oder was? Nicht besonders. Ich mag wirklich fischen. Du magst essen, doch. Ja? Weil wir müssen etwas Essen finden. Oh, schön, äh, da gehen Jack und John, als wir angeln. Genau wie Arthur auch Jack zum Angeln gebracht hat. Als John weg war, als John verschwunden ist. Wie ich? Nein. Aber... Und wir müssen... Auf jeden Fall noch rasieren. Aber... Wenn du ihn auch magst... Ich glaube. Also... Du weißt nicht, ob wir Fische nicht fischen? Ja. Ich... Ich bin nicht sehr gut an das. Bei Fischen? Oder bei Gehen? Bei Gehen. Mit dir. Ich bin nicht so gut. Aber... Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich würde gerne Fische. Und... es wird ziemlich gut. Ich versuche. Okay. Es ist gut, wenn du mit dir bist, sogar ich... nicht so richtig sagen. Und du bist, Papa. Wir sollten... Wir müssen... Ja. Sehr schön hier. Ähm... Oh. Ich würde gerade rüberspringen. Rufus? Mach langsam, Rufus. Ich... 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 kann es nicht erklären. Okay. Was? Was werden wir... wenn du... wirst du... wirst du... wirst du... in der Welt? Das ist eine gute Idee. Dann... werden... einen Verlager und... helfen Menschen. Das... nicht ein Verlager. Das ist das... Lachen. So. Ich glaube, Angst... ein bisschen wegen Rufus. Okay. Aber... ich war gerade wieder so... vertieft in diese Details... mit dem Gras und einfach die Umgebung... wie sie reden... also... Angst ein bisschen gegen Rufus. Das merkt man immer wieder, wenn man eine Sperre anmacht, ne? Wie geil das einfach alles aussieht hier. Das ist ein wirklich guter Fischspot. Ich hoffe, ich sage immer so, dass sie eine Stunde später nichts gefangen haben. Bist du nicht nur die die Leitungsverwaltung an allem? Na, nicht so? Na, vielleicht. In diesem Fall ist es wahr. Ich höre, dass es hier wirklich große Fische gibt. große Stillehäuser. Hard to catch, aber wirklich gut zu essen. Hard to catch. Get your excuses in early. That dog of yours knows, he's owned by a complaint of know-it-all? Come on, son. I'm sorry. No, you ain't. It's alright. Come on, let's fish. Okay, Leute, ich würde sagen, wir in der nächsten Folge da mit unserem Sohn ein bisschen angeln gehen hier. War eine schöne Stelle, sehr ruhig auch und da merkt man einfach, dass John nicht so gut mit Jack reden kann. Ist auch ein bisschen awkward für ihn, wenn er mit ihm alleine ist, aber kann man schon ein bisschen verstehen, muss man sagen. Na, war die Sachen, Leute. Like, wenn es gefallen hat. War trotzdem eine coole Folge, muss ich sagen. Galloway war ein bisschen los, muss ich sagen, aber ja, war halt immer so, wie es ist. Na, war die Sachen, Leute. Wir hören uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.